Und damit in die Politik in Berlin sorgt eine SPD-Personalie für Aufsehen. Die Parteispitze hat Katharina Barley im Moment Bundesjustizministerin offiziell als Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai nominiert. Barley hat erst wohl nicht so recht gewollt und die Kandidatur zunächst abgelehnt, ließ sich dann aber schließlich doch überzeugen. SPD-Chefin Andrea Nahles nennt Barley eine geborene Europäerin. Britta Spiekermann jetzt über die neue SPD-Spitzenfrau für Europa. Es wird doch noch gelächelt in der SPD-Parteizentrale. Nach dem Frust der Bayernwahl will Andrea Nahles mit einer Spitzenpersonalie beweisen, dass sie doch noch entscheiden kann. Katharina Barley zieht für die SPD in die Europawahl. Lange hatte sie gezögert, jetzt doch das Ja zur großen Erleichterung von Nahles. Sie ist eine geborene Europäerin mit einem britischen Vater, einer deutschen Mutter, zwei Staatsbürgerschaften. Barley wird wohl einen hohen Preis zahlen. Nach der Europawahl will sie ihren Ministerposten aufgeben, also Top-Posten in Berlin gegen ein einfaches Mandat in Straßburg. Barley gibt sich entschlossen. Sie will den Kampf gegen Rechtspopulisten in Europa antreten. Ich übernehme Verantwortung für Europa. Diese nächste Wahl ist eine Schicksalswahl. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Wahl in diesem Jahrzehnt für unseren Kontinent. Erst seit 2013 ist sie im Bundestag und hat eine Blitzkarriere hingelegt. Generalsekretärin der SPD, dann Familienministerin, dann das Ministerium für Justiz. Und jetzt das Wagnis Europa. Sie will der SPD Mut machen. Weil sie sich, wie Sie alle wissen, in durchaus schwierigem Fahrwasser befindet. Und ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass es nach oben geht mit der Sozialdemokratie. Ich liebe diese Partei. In der Partei sagen sie, gut, dass sie es macht. Rückendeckung beim Abgang auf dem schwierigen Weg nach Europa.